Jetzt gibt es noch die Möglichkeit für kurze Lightning Talks, ich sehe da schon BattleMesh, wer spricht über BattleMesh.org? Ja, das ist eine Veranstaltungsankündigung, relativ kurz, kann ich da einen Browser haben, irgendwo? Okay, achso, der war schon, okay, sorry. Ich habe es, glaube ich, schon einmal angekündigt, es ist ein Hackathon von den Entwicklern von den Mesh-Netzwerken, also Funk war es zum Beispiel so eines Freifunk, es gibt einige in Europa, relativ große. Also, was es zu sagen gibt, ist im Prinzip eine ganze Woche, wo wir im Volkskundemuseum abhängen werden und es kommen Teilnehmer aus, also es haben sich Leute aus mehr als 15 Nationen angemeldet, es werden ca. 100 Leute werden, wenn einer von euch Lust hat, einfach vorbeikommen, ist von 5. bis 11. Das Programm ist noch in Arbeit, wir werden dort Netze aufbauen, wir werden dort Talks halten, es gibt eben Rahmenprogramm, es gibt wahrscheinlich sogar Catering. Ja, ist halt ein bisschen technisch, aber ist auch netzpolitisch relevant. Wir werden wahrscheinlich sehr viel über diese neue Radio Directive diskutieren, die eben im Moment gerade uns Probleme macht, weil es immer schwieriger wird, quellfreie Software auf diese Router draufzuspielen aufgrund dieser Regulierungen. Ja, also 5. bis 11. Juni, Anmeldung ist erbeten, aber nicht notwendig, Eintritt ist frei. Ja, wer sich für diese MESCH-Netze interessiert und auch für die politische Komponente, einfach vorbeischauen. Dankeschön.